Was ist alkoholische Kardiomyopathie? Alkoholische Kardiomyopathie ist eine Form von Herzversagen, die durch langfristigen Alkoholmissbrauch hervorgerufen wird. Diese Erkrankung kann auch als dilatative Kardiomyopathie bezeichnet werden und dazu führen, dass die Herzkammern vergrößert werden. Der Herzmuskel ist ebenfalls geschwächt und kann Blut nicht ausreichend durch den Rest des Körpers pumpen. Sobald der Alkohol durch den Mund aufgenommen wurde, wird er vom Magen und Dünndarm aufgenommen und gelangt in die Leber. In der Leber wird Alkohol durch das Enzym Alkohol-Dehydrogenase abgebaut. Bei Patienten, die übermäßig viel Alkohol zu sich nehmen, kann die Leber es nicht schnell genug verarbeiten und der Alkohol sammelt sich im Blut. Hoher Alkoholgehalt im Blutkreislauf kann für Herzzellen toxisch sein. Schäden am Herzmuskel oder alkoholische Kardiomyopathie können bei einem Patienten mit einem langfristigen Muster des täglichen Verbrauchs von 7 bis 8 Getränken auftreten. Langzeit bezieht sich in diesem Fall auf Patienten, die 5 bis 10 Jahre lang stark getrunken haben. Da Alkohol nur eine der Ursachen für die erweiterte Kardiomyopathie ist, ist es wichtig, dass der Arzt eine korrekte Diagnose für diese Erkrankung stellt. Der Arzt muss eine vollständige Anamnese führen und sehr spezifische Fragen zum Alkoholkonsum stellen. Es müssen Fragen gestellt werden, die Aufschluss über die Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums geben. Viele Patienten, die viel trinken, geben unter Umständen an, wie viel Alkohol konsumiert wird. Der Patient hat möglicherweise keine Symptome während der frühen Stadien der alkoholischen Kardiomyopathie. Eventuell kann der Patient Symptome einer Herzinsuffizienz bemerken, die zu Kurzatmigkeit, Verstopfung der Lunge und Schwellung der Beine führen. Wenn das Herz das Blut nicht richtig durch den Körper punkten kann, kann es zu Ermüdung und Zurückhaltung von Flüssigkeiten kommen. Es können mehrere Tests durchgeführt werden, um eine alkoholische Kardiomyopathie zu diagnostizieren. Der Arzt kann eine Thorax-Röntgenaufnahme bestellen, die zeigt, dass das Herz vergrößert ist und möglicherweise Lungen verstopft ist. Zur Diagnose dieser Störung kann auch ein Echokardiogramm verwendet werden, das das Herz mit Schallwellen abbildet. Die Aktivität des Herzens kann während eines Elektrokardiogramms gemessen werden, indem Elektroden auf der Brust elektrische Impulse aufnehmen. Die wirksamste Behandlung der alkoholischen Kardiomyopathie ist die völlige Abstinenz von Alkohol. In den frühen Stadien der Krankheit kann Abstinenz das Fortschreiten der Symptome stoppen. Einige Herzschäden können reversibel sein. Wenn der Patient nicht aufhören kann zu trinken, muss der Arzt möglicherweise ein Rehabilitationsprogramm identifizieren.